einen wunderschönen zusammen willkommen zu meinem minecraft let's play in dem wir weiter bouclerc und toussant bauen aus witcher 3 und wir waren wir waren womit waren wir doch wir waren mit dem dach dran genau wir waren mit dem dach dran lasst uns mal eben gucken lasst uns mal eben gucken wir haben wir haben das haben wir dann kommt er hier bevor wir weitermachen entschuldigung ich hatte mir überlegt dass hier noch mal zu ändern ich würde gerne hier dann müssen wir gleich müssen machen gleich ich hatte mir auf jeden fall ich hier überlegt auf die ecken dann hohe rein zu machen immer einen halben hoch damit das aussieht also als wäre ein grad drin könnten wir ja machen im endeffekt was meint ihr wenn wir den im stand noch höher setzen also bis da dann müsste es ja eigentlich funktionieren aber das machen wir gleich ich würde jetzt als allererstes gerne den turm bauen damit wir den fertig haben dann kommen wir hier kommen noch die treppen dran da ist ja eine umrandung drum herum um dem turm dann würde ich sagen wir brauchen weißes slabs erstmal dann holen wir uns mal weißes slabs mal gucken welche da am besten passen es ist wenn wir die aufeinander stapeln lassen uns mal gucken wie das aussieht wenn wir die aufeinander stapeln nicht schön ich hätte gern was altmodisch ist in dem sinne wieso ist wie die steinstufen in weiß sowas hätte ich dann gerne hier so diurid kann man diurid oder wie müsste man doch normalerweise ne diurid ist man doch normalerweise haben die diurid wobei wir könnten ja auch mal die gucken wie das aussieht die sind ja so wenn das nicht zu dunkel ist müsste das ja auch funktionieren hätte man jetzt oben direkt machen müssen könnte man ja dann auch machen wir gucken mal ansonsten was haben wir noch in weiß und ich habe allerdings der öl turm marble underground kalk wir haben so viel steinarten hier das ist echt der wahnsinn ne marble kann man daraus slabs machen lass uns mal gucken ob man daraus slabs machen kann dann würde mich wo ist die werkbank da ist die werkbank das würde mich ja schon mal interessieren wenn das nämlich geht sie ist lass uns mal gucken wie das aussieht wie das dann aussieht hast du auch normale steine dann ist ja genau das was ich nicht will ich will ja dass die slabs dann schön getrennt sind das ist ja dann das ist ja dann das ist ja dann muss das ist ja dann steinziegel marble bricks haben wir nichts anderes weißes kalk oder so müsste da auch gehen oder weißer sand weißer sand ach das ist der sand ich könnte da auch sand stein kann ich da ist wenn man den nehmen das geht nicht ja sehr schön lass mich raten wenn ich den brennen habe ich glas das thema hatten wir schon das thema hatten wir schon marble panel schüsse hat amal da drin marble raw kann ich den lass mich mal gucken wenn man den die pack mal da rein da waren ja auch welche da ist das obsidian in den meter wollten wir auch noch in den meter wollten wir ja auch noch geht das wenn das geht das wäre natürlich fantastisch geht man natürlich nicht warum auch alter vater willst du mich auf den arm nehmen der will mich ich komplett auf den arm nehmen diorit dort dann probieren wir es mit diorit diorit ist ja in dem sinne auch weiß vielleicht haben wir hier unten irgendwo wart die organik stein weiße keramik die gehen auch nicht weil sie keramik ging auch nicht diorit nehmen die packen wir mal raus wir nehmen weiße keramik nehmen wir auch mal ein deck mit wir probieren das jetzt mal ob das funktioniert und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig als dann wirklich geht nicht diorit zu nehmen geht auch nicht ja sehr schön haben wir ein schiesel dann müssen wir nämlich anders machen dann lasst uns mal gucken was der schiesel sagt wenn wir dort diorit das ist die normale bricks besser bricks das sieht so aus die sieht so aus ich hätte gern panel weiß ja dass er einfach in der mitte geteilt ist der ist gebrochen nehmen wir den nehmen wir den lass uns mal gucken wie das dann aussieht von und so hier ne so vielleicht passt hat ja naja naja aber ich glaube da oben interessiert hat sowieso keinen und ich glaube es wird auch keiner hoch gehen und klettern lassen das so hallo da wollte ich nicht rein da wollte ich nicht so dann lasst uns mal gucken sechs stück wir müssen sechs steine hoch auf jeder seite 1 2 3 4 5 6 alter was macht daten für den turm 1 2 3 4 5 6 passt ja also das ist ja mal dann kommt nämlich dann weißer rand drumherum darauf kommen dann zwei rote steine noch das dass das machen wie das ich würde ja hier dazwischen welche diorit anpacken da wird schon wirklich den diorit anpacken den haben wir ich hatte nur den eigenen den würdschirm stand so da haben wir nicht da auch ein bisschen abwechslung drin alter ist das krank hier so müssen wir schon gucken wenn nachher irgendwie eine leiter dahin gebaut kriegen das sieht doch gut aus guck mal von mir von unten aussieht ne unser fake schwert hier ist ja fachmännisch abgezogen worden unser streamer fachmännisch abgezogen worden oder fachmännisch auf den arm genommen worden da könnt ihr euch jetzt aussuchen das könnt ihr euch jetzt aussuchen so lass uns mal gucken doch dass sie gut auch das kann man lassen und das kann man lassen dann kommt da der bogen noch drumherum den würde ich aber gerne mit treppenstufen sowieso machen das sowieso dann aber die frage was packt man da dran was packen wir da dran was meint ihr ich höre schritte irgendwo weil hier ist keiner so dass das das da kommt treppenstufen dran dann kann man sich überlegen ob auch diorit nehmen wieder an dem haus wobei es echt geil aussieht dann ja ja doch doch würde ich sagen nehmen wir noch eine reihe diorit da unten raus da macht man den treppenstufen da dran dann müssen wir sowieso mal gucken dass wir hier neuen diorit kriegen weil so langsam geht er uns auch aus der kann weg das kann auch weg schießen so haben wir den auch dann brauchen können wir dann brauchen wir dann brauchen wir na sag mal schnell 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 wir brauchen wir brauchen hier treppenstufen von den frame blocks dann brauchen wir erde dann brauchen wir erde holz brauchen wir sowieso haben wir hier noch das sind sandstufen wir können aber einmal erde mit rausnehmen für drumherum zu bauen dann brauchen wir haben wir hier noch irgendwo holz a little bit holz a little bit a little bit haben wir nicht dann können wir aber die axt nehmen ach guck mal hier hier ist ja noch hier ist ja noch da haben wir zäune die kann mit hochnehmen dann könnten wir damit lass mich eben mal was gucken ich möchte euch stein stein ich möchte mal gucken gibt es ein steinzaun steinzaun stein steinzaun stein da bruchsteinmauer klein ich möchte ja normalen steinzaun wollte ich haben da scheint es aber nicht zu geben braun stein creeper gesicht glatter brauner stein du kannst dich drauf ein wenig schneller bewegen ja wie wird der denn rauer brauner stein sand und redstone okay das heißt wenn ich roten stein nehme rot achso da siehst du haben wir doch roten sand wenn ich roten sand nehme kriege ich da haben wir aber auch jede menge ne jede menge ähm sag mal schnell sag mal schnell Möglichkeiten dann ne die hätten wir auch nehmen können haben wir roten sand sollen wir das mal eben testen ja das interessiert mich doch jetzt wie das aussieht wenn wir da rauen stein reinpacken das ist zigtausend Möglichkeiten ne zigtausend Möglichkeiten das hier da nicht wir haben orangenen geht das damit auch wir gucken jetzt mal redstone haben wir ja da hinten redstone haben wir ja hier irgendwo ne da so bam 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 ähm wenn ich den hier so roher steigen so jetzt haben wir zwölf stück so und den müssten wir jetzt brennen glaube ich ne oder ich glaube ja wir brennen den mal eben wo ist er da aber lass uns mal gucken wenn der fertig ist wie das dann aussieht weil das würde mich ja schon interessieren weil dann könnten wir ja auch den braunen da oben hin packen wenn er nicht zu dunkel ist dann wäre ja auch eine Möglichkeit dann ist er bestimmt da so schiesel mit creeper gesicht so so lass uns mal gucken wie der ganze jetzt aussieht da lang immer innen rum immer innen rum ein bisschen grün ne ein bisschen grün aber aber nicht weiter schlimm eigentlich ne eigentlich ja nicht weiter tragisch oder ja lass uns mal gucken wenn wir den so ja gesundheit hat sie ein bisschen sehr dunkel ne aber den könnten na ich hatte jetzt im kopf die könnten wir nachher nebenan für den schneider nehmen aber das funktioniert ja auch nicht das funktioniert ja auch nicht und das geht ja nicht da müssen wir das so lassen ähm weißer zaun ich wollte den zaun ne genau zaun wollte ich noch gucken so weiß lasst uns mal eben gucken der ist nein ne 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 die ne und dann machen wir da entweder diorie dran oder denke ich mal schon dass wir anderen diorie dran packen dann machen wir das so rum dann funken lassen wir dazu dann lassen wir das so so lass uns eben gucken einmal nach oben so dann müsste ich einmal da lang könnte ich mich hier die treppe ach ich habe die dinge vergessen ich habe die ich habe die sag mal schnell die 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 ja wie heißt es helfen auf die sprünge ich musste einen raus musste hallo kuh halt macht ihnen da unten so verlassen aber das diorie das sehe ich die treppen habe ich vergessen also wenn ich jetzt falle dann war es das so so wie komme ich jetzt ja ja das ist schon mehr wie leben am leben mit das ist ja schon das ist ja schon da ist ja schon aber da komme ich auch hin da komme ich auch hin so haben wir sind wir einmal rum ist kann die treppe schnell holt da kommen wir im stadt in ring hoch drum machen und direkt mit diorit verkleiden